Ja, liebe Leute, Fisch des Tages ist der Schleimaal und den müssen wir holen, um die Königin von Bermuda in einem Herzhaftigkeitswettbewerb zu besiegen. Machen wir das mal und das Thema mit Nett schieben wir noch ein bisschen auf. Wir verlassen mal das Rathaus, gehen jetzt erst nochmal zurück. Zurück wohin? Hier nach Millie Island und holen mal eine Kiste Schleimaal. Jetzt ist mir klar, wofür wir den Fischschladen brauchen. So. Jawohl, das sind die Dinger hier, ne? Ja. Mach das. Und wieder zurück nach Bermuda. Ich hoffe, Wally geht's gut. Wir wissen es nicht. Zu seinem Laden geht's nicht gut, wie ihr gesehen habt. So. Bitte. Da sind wir. Wo ist jetzt der Eimer? Okay, das ist ein anderer Wettbewerb. Hier müssen wir den Eimer irgendwie mit irgendwas füllen. Mal gucken, ja? It's an empty bucket. Ja, ja, egal. Wir brauchen nicht mehr zu ihr zu gehen. Wir müssen tatsächlich nur... Hier, das ist doch der Fischraum, oder? Ja. Ups, nein. Äh, zurück. Ich wollte aufs Inventar. Ach, Mensch. Also bitte. Bleib mal hier ab in den Eimer. Und? Bitteschön. Bitteschön. Oh, ein Challenge. Da freut sich jemand. In the Defender's Chair, the Cast Iron Stomach of Athena IX, reigning Queen of Bermuda, and undisputed Heartiness Champion! And in the Challenger's Chair, all the way from the Southern Caribbean, still in possession of nearly all of its original teeth, the newcomer, Ghybra Stripwood! If you would each now, select your first fish and place it on the plate in front of you. Na dann. Ja, mach schon. So wird das nix, ne? Die Skale sind wie Fingernails. Ladies and Gentlemen, the winner and still champion, Queen Odina. Yey! 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 Okay, was ist der Trick? Müssen wir auch hier nochmal mit dem Pfeffer dran? Wir gehen nochmal rein. Oh. Naja, wir haben noch, ne? Können wir hier so ein bisschen? Nächster Versuch. Nächster Versuch. Wenn wir hier gerade nochmal. Ne, ne? Können wir nicht dann? Pfeifen und es auf deine Pläne. Oh, ew. Das ist vielleicht ein bisschen schmerz. Und jetzt, lass das Essen beginnen! Na, mach schon. Okay, das hat jetzt auch noch nicht so richtig funktioniert. Können wir jetzt irgendwie den Pfeffer hier direkt reinstreuen? Nee. Was können wir denn da noch machen? Ah, ha, 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 ha. Wir schauen uns das mal an. Das haben wir ja schon. Also, wie kriegen wir das hin? Dass nur sie einen gepfefferten hat und er nicht. Das müssen wir jetzt irgendwie schaffen, ne? Wo können die reden? Okay. Macht keinen Sinn. Haben wir noch ein Hinterzimmer? Da ist wahrscheinlich die dritte Prüfung. Jawohl. Ich will aber erstmal die erste verstehen, oder? Ach so, passt auf. Ja, natürlich. Guten Morgen. Nochmal hin. Die gepfefferten füllen wir ein und dann tauschen wir aus. So einfach ist das doch. Nein, nicht nochmal. Also. So, das haben wir. Jetzt gehen wir raus. Fahren nochmal nach Melee Island. So. Reden nochmal. Ja, ja, alles klar. Ich nehm neun drei Mal. Ja. So, ein bisschen tricky. Ein bisschen gemein, aber ich denke, so wird das Ganze klappen. Knauze. So. Immer dieses Geflenne hier. Ist nicht wahr. Jetzt ist er weg. Warum? Äh. Äh. Sie sind mehr wie Snakes als Fisch. Das ist doch jetzt blöd. Das sollte ich es ein bisschen zippen. Es ist erfüllt mit Hagfisch und Demonpepper. Ja, nur, aber wenn das jetzt nicht funktioniert, dann habe ich gerade keine neue Idee. Wann wird denn das resettet? Jetzt bin ich mal gespannt. Mal gucken, ob das schon weg ist. Nee. Also wahrscheinlich erst, wenn ich sie tatsächlich austausche unten. Wir probieren es noch einmal. Hallo. Ich würde gerne eine neue Box von Hagfisch bekommen. Ich werde es auf deinem Tab legen legen. Danke. Und dann sind die weg, wenn ich da oben wieder ankomme, ne? Dann ist das nicht der Trick. Nee, weg sind sie. Kann ich mir da was abschneiden vielleicht? Und wenn ich die jetzt pfeffere? Wir probieren es noch einmal. So, ich kann doch jetzt noch irgendwas machen hier, oder? Hier. So geht's. Okay. Ich habe nur zu kompliziert gedacht. So, haben wir es doch, hä? Oh, yuck. Two bites? That's more than she ate, right? I can stop now. Yes, you can stop if you like. Ladies and gentlemen, your new champion of Hardness with two bites to the Queen's squad is Mr. Three-Four. Yay. So. Gut. Okay. Wunderbar. Wunderbar. Wir machen hier oben weiter, oder? Jetzt bin ich voll motiviert. Wir gucken mal, was passiert. Das ist die Algebra. Hier ist noch der Eimer. Den werden wir wahrscheinlich irgendwie prüfen. Oder brauchen. Prüfen. Rauchen. Und die Frage, wofür? Willkommen, Your Majesty and Mr. Threepwood to the contest of intelligence. In front of each of you is an advanced algebra problem. You are to solve it as completely as you can and remember to show your work. No peeking, no copying, no swapping papers and no cheating whatsoever. I will return in 20 seconds to grade your papers. Your time starts now. I don't have the slightest idea how to solve an algebra problem. Und das machen wir jetzt dann wie? No funny business, Buster. Ah. No copying. Beides nicht. Time's up. I'll take your papers. No surprises here. Queen Odina has delivered a clear and correct answer with a step-by-step proof. Mr. Threepwood has drawn a series of mustaches on the polynomial. Queen Odina is the winner. Better luck next time. Ja gut, dann schauen wir mal, was wir hier mal polieren können in dem Räumchen. Ach, wir können algebra lernen. Ich meine, ich glaube, das ist Algebra. Ich habe eigentlich keine Idee. Ich meine, ich glaube, das ist Algebra. Ich habe eigentlich keine Idee. Ja nun. Es ist ein leckeres Bucke. Was hat's mit dem auf sich? Ich kann all die Wärmheit über die Klinik fühlen. Okay, es gibt einen Luftzug. Können wir ein Feuerchen anmachen? Wir haben doch Holz, oder? Probieren wir das doch mal. Ich bin mich mal gespannt, was das bringt. So. Okay, jetzt schmilzt das Eis. Ja, dann probieren wir es aus. Dann können wir nämlich die Zettel tauschen, oder? Ja, gewonnen. Ja, dann können wir es aus. Time's up. Ich nehme Ihre Papers. Hmm. Hmm? Ich bin mir das überraschend, aber die Wahrheit ist klar. Herr Threeput ist der Wettbewerb. Aber wie ist das möglich? Ja, das war doch jetzt mal easy, okay. Yes! Und das ziehen wir jetzt auch noch durch, ne? Wenn man sich nicht so blöd anstellt wie beim ersten, dann geht das doch viel besser. Also, was haben wir denn hier? Wir gucken uns den Raum erstmal an. Nur diesen Kopf. Naja, dann gucken wir erstmal, was passiert, ne? On this side, the reigning queen Odina IX of Bermuda. Na, hallo. If you will all come to order, the contest will begin. The first contestant to laugh is the loser. Have you heard the one about the guy who put an ice cube on a scurvy dog? He said it was chili. Mmh, ja. It'll take more than that to crack me up. Äh, jetzt erzählen wir ein. What do you call a parrot with one leg? Heard it. You might as well give up. I have heard every joke there is in this world. Contestants, the time limit has been reached. As neither of you has laughed, the contest is a draw. See ya. Okay. Ich denke, es ist ganz egal. Was ich hier sage, wir müssen erst einen neuen Witz lernen, oder? Wir probieren es noch einmal. Was ist das Ziel? Was ist das Ziel? Was können wir hier machen? Okay, dann erzählen wir ihr einen Witz, oder was ist hier hinten? Nichts mehr. Ach, hier. Kommt, nehmen wir das. Was ist die Unterschiede zwischen einem Swabby und einem Mop? Heard it. You might as well give up. I have heard every joke there is in this world. Contestants, the time limit has been reached. As neither of you has laughed, the contest is a draw. See ya. Oder aber wir nehmen die letzte Option. Gar keinen Witz erzählen zu wollen, dann lacht sie ihn vielleicht aus. Und es könnte sein, dass das ausreicht. Wenn Sie alle kommen, kommen Sie alle, die Contest wird beginnen. Der erste Contestant, der lachen, ist der Lose. Hörst du das, der Pirate, der seinen Piraten einen Duck gab? Polly wollte einen Quacker. Oh, wie schlecht. Okay. Es wird mehr als das, um mich aufzuhalten. Ja, mach mal das hier. Ja, mach mal das hier. Aber ich kann nicht sagen, ob eine gute Idee. Nee, hilft nicht. Was bekommst du, wenn du einen Seagull mit einem Centipede crossen? Entschuldigung. Hörst du das. Also, wo kriege ich neue Witze her? Hm. Ah, ja gut. Die wollen alle nicht. Und? Okay. Gut. Ja. Alles klar. Ja, und? Was können wir denn hier machen? Wir üben. Okay, you. It's stare down time. Okay, you. It's stare down time. Ja, nun. Was soll ich denn da üben? Können wir das Ding irgendwie witzig gestalten? Ist da dran hängen? Nee, ne? Ich glaube, es ist aus Juiz. Also, verkleiden im Contest ist auch nicht drin. Wo kriege ich jetzt noch einen Joke her? Einen neuen. Und das checken wir jetzt einmal kurz hier, oder? So. Die Königin kennt alle Witze der Welt. Da musst du schon einen lernen, den sie nicht kennt. Okay, dachte ich mir fast. Ah, ein Hinweis noch, ne? Ein Witz lernen, der nicht von dieser Welt ist. Nicht von dieser Welt. Gut. Habe ich doch eine Idee. Da habe ich doch eine Idee. Was war mit dir, Bob? Du bist nicht von dieser Welt, ne? Das Witzebuch, jawoll. Hast du noch mit dem Joke-Buch endet? Emotionally? Ja. Es ist nicht so lange, und ich habe es 16 Mal schon gelesen. Lange? Kann ich das Joke-Buch wieder haben? Dann, was soll ich das lesen? Du sagst, du bist fertig. Du hast es 16 Mal gelesen. Es ist lustig, es über und überraschend, aber es ist besser als nichts. Okay. Häng in da, Bob. Es ist noch nicht lustig. Wir haben ja noch was hier. Das braucht doch keiner mehr. Hey, Bob. Ich habe ein tolles Buch für dich. Es ist Lechucks persönliche Diary. Yikes. Ich wollte nicht mit dem getroffen werden. Und du nicht. Okay. Das war nicht das Richtige. Das Hinweisbuch. Ha! Das hier. Hey, Bob. Ich habe ein tolles Buch für dich. Es ist Gullets Poetrie. Unpublished. Du kannst einen Sneak-Peak. Es ist nichts über Gullets, das ich einen Sneak-Peak auf möchte. Welche Art von Büchern magst du? An diesem Punkt muss ich sagen, langer. Ich gehe für pure, unadulterete, massive Länge. Das Problem mit Büchern ist, dass sie enden. Okay. Am Ende der Planke, ne? Aber wie kriege ich das? Sonst habe ich kein weiteres Buch im Angebot. Und das hier? Nein, okay. Nee, nee, nee. Moment. Also, Bob. Du bist schon mal der Richtige. Das ist klar. Wir brauchen jetzt das Ende der Planke. Ich würde sagen, wir fangen nochmal bei der Schlosserin an. In der unteren Straße. In der oberen Straße. Okay. Das will ich haben. Ich will es haben, bitte. Nein. So, wo hatten wir das denn noch? Bei der Mali, aber die gibt es ja... nicht her. Weil wir ihr erst das Buch von hier vorne zurückbringen müssen. Es geht so eine lange Kette wieder los, ne? Okay, jetzt brauchst du diesen Schuldschein für eine neue Bar, oder? Okay, das ist der falsche. Hat ihn aber jetzt nicht wirklich, ähm, gejuckt. Dann holen wir doch den richtigen, oder? Gehen wir hier lang. Naja, war nicht ganz der beste Weg. Also, Carla, bitte. Den richtigen Schuldschein, dann kann er seine Bude wieder aufbauen. Dann braucht er das Kochbuch nicht mehr. Ja, machen wir. So, das Schiff ist mir egal. Das Gefängnis auch. Ja, hier. Danke. Was wir hier alles machen für ein Witzbuch. Ja, wir nehmen den kurzen Weg jetzt. Ja, das wären die Docs gewesen. Natürlich. Ja. Hier, bitte. Was würdest du sagen, wenn ich dir gesagt habe, der Gouverneur autorisiert Funds für die Rebuilding der Skumbar in einer unspecifieden Zukunftszeit? Sie hat das gemacht? Das ist fantastisch. Ja, und jetzt, bitte. Oh, Gott sei Dank. Also. Dann. Holen wir uns jetzt das Ende der Planke, ja? Wir machen mal diesen Weg. Jetzt. Danke. alles klar so was ist jetzt lang das hier john lane moment mal die endlose geschichte der reise die nicht enden wollte das klingt doch unendlich oder das klingt doch nach einem langen buch alleine schon vom titel oder hiermit probieren wir es ein reise die nie enden wollte das buch hört also nie auf das müsste das richtige für bobs sein gottseidank also dann dann jetzt wird ein schuh draus ne okay you it's stare down time können wir das irgendwie benutzen zum üben it's flambe is underworld joke book all jokes about demons and otherworldly stuff nö aber wir haben geübt also wir probieren es jetzt einfach aus if you will all come to order the contest will begin the first contestant to laugh is the loser why aren't funds about blizzard's funny because it's snow joking matter Es wird mehr als das dauern, um mich aufzupacken. Warum haben Dämonen Horns auf ihren Händen? Weil sie unter den Armen zu unkomfortabel sind. Applaus, bitte! Mist. Und so? Ja, wir haben uns auf die Lieblingsmacht, die Lieblingsmacht in unserer Lieblingsmacht. Wir haben uns auf die Lieblingsmacht, um eine ordentliche und friedliche Kraft zu machen. Jawohl. Kann ich auf dem Throne sein oder was? Es gibt ein paar Verzüge. Verzüge? Keine Verzüge. Keine Verzüge. 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 Ja. Ja, natürlich. Und will du versuchten, die Verzüge und die Verlusten der Bermude zu beobachten? Ja. Verzüge. Verzüge und schützen die Menschen der Bermude zu beobachten, sich auf dein eigenes Leben oder Linden, wenn es notwendig ist? Ja. Okay, ich glaube so. Und will you gracefully accept all challenges to your heartiness, your seriousness, and your intelligence? Ja. Gladly. Very well. Citizens of Bermuda, your new queen, Guy Brosh Threepwood. Sehr gut. Congratulations. You want my advice? Give me the crown already. Hope you like spending all your time doing the three challenges. Cause that's basically what your job is now. I'm off to write my memoirs. Ayy. Tapes. Oh. Ähm. As your queen. Ähm. Ja, das ist gut, oder? I've decided to abolish the monarchy in favor of total anarchy. That's why I've symbolically destroyed the crown. Why don't you all take a key? You get a key. And you get one. And you. Now if you'll excuse me, I've got places to be. Ja, so in der Zwischenzeit. Threepwood, alive? How is that possible? Someone saw him talking to an old crown on Low Street. I confirmed it myself. I'm more concerned about the crown than Threepwood. Who is she? Just some old bag of bones. Don't worry about her. I took care of her. Excellent. She did have a key on her. A big, fancy, gold one. Do you want it? No, no. We don't need the keys. We have a better way. Just put it where Threepwood won't get it. Like where? I don't care. Use your imagination. Yes, Captain. Now. I have another task for you. You'll need to pick up a few things from our ship on the way. Yeah, so Leute, da sind wir jetzt. Wir haben jetzt den zweiten Schlüssel. Jetzt ist die Frage, ob wir uns zu der alten Dame gehen, weil die ja gesagt hat, wir bekommen ihn, wenn wir ihr zeigen, dass wir mehr haben als sie. Aber das machen wir nicht heute, denn wir sind schon in der Überlänge. Das machen wir dann morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, euer Matze. Bis dann.